Glück auf und herzlich willkommen hier in der Felddienst-Arena in Gelsenkirchen. 50 Jahre Delka, das ist was. 50 Jahre, davon 40 Jahre an einem Standort, ist bemerkenswert, das ist eine tolle Erfolgsgeschichte. Ich wünsche alles, alles Gute, viel Spaß. Feiert schön auf die nächsten 50 Jahre. Was heute passiert ist, war toll. Wir sind sehr begeistert und ich freue mich auch sehr, dass Sie alle da sind. Alle, mit denen wir seit vielen Jahren sehr eng verbunden sind. Vielen, vielen Dank, dass Sie alle da sind heute Abend. Wir sind sehr begeistert und wir sind sehr begeistert. Wir sind sehr begeistert und wir sind sehr begeistert. Vielen Dank.